Hallo, lieber Clubbetreiber. Schön, dass Sie ein paar Sekunden reinschauen. Aber vorab eine Frage. Kennen Sie das auch? 40 Interessenten in 14 Tagen? Oder Mitglieder-Check-in-Zahlen, die wieder explodieren? Einnahmen, Umsätze, wo Sie sagen, super, läuft mega? Wenn ja, dann würde ich sagen, dürfen Sie das Video stoppen. Wenn Sie aber sagen, naja, ein paar Interessenten, Umsätze, Check-in-Zahlen, da geht schon noch was, dann sollten Sie jetzt die Ohren spitzen. Weil genau das ist unser Projekt, dieses Boost-Your-Umsatz für Sie im Club, genau diese Zahlen wieder, ja, noch ein bisschen mehr in Fahrt zu bringen. Denn das sind die ersten Resultate, die die ersten Clubs bei uns in diesem Boost-Your-Umsatz-Kampagne erreicht haben, sponsert von Faceforce und von Airpressure Bodyforming. Also, sollten Sie doch neugierig sein, zögern Sie nicht, kommen Sie zum Kontaktformular, füllen Sie das aus und wir melden uns ganz schnell bei Ihnen und dann können wir den goldenen Herbst starten. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.